Herzlich willkommen! Schön, dass du reingeschaltet hast. In diesem Kurs möchte ich dir alles beibringen, damit auch du in Zukunft professionelle Luftaufnahmen mit deiner Drohne erstellen kannst. Dabei geht es eher um Fähigkeiten als darum, immer nur die beste und neueste Drohne zu kaufen. Mein Name ist Tom David Frey. Vor über fünf Jahren habe ich damit begonnen, professionell Luftaufnahmen zu erstellen. Angefangen hat das mit Privatkunden. Bis zu Firmenkunden ging das dann irgendwann hoch. Dann habe ich mal für TV-Sender gearbeitet und sogar an Netflix-Produktionen mitgearbeitet. Mein englischsprachiger YouTube-Kanal hat mittlerweile mehr als 180.000 Abonnenten und auch mein deutschsprachiger YouTube-Kanal erfreut sich immer größeren Zuspruchs. Am Ende dieses Kurses wirst du wissen, wie du selbstständig neue Projekte entwickelst. Du wirst wissen, wie du wirklich detailliert deine Projekte planst und dann natürlich, wie du sie professionell in die Tat umsetzt. Dieser Kurs umfasst eine große Bandbreite an Themen. Angefangen bei solchen wie der richtigen Drohnenauswahl. Dann beschäftigen wir uns mit dem Wetter und den Tageszeiten. Das sind wirklich essentielle Themen. Natürlich geht es dann auch um die richtigen Kameraperspektiven und die Do's und Don'ts am Set. Wie wir noch mehr Drama hinzufügen können. Es gibt wirklich viel zu lernen. Fünf Jahre an Erfahrung, zusammengefasst in einem Kurs. Wenn du ein enthusiastischer Drohnenpilot oder Filmemacher oder bestenfalls sogar beides bist, dann ist das der ideale Kurs für dich. Ich garantiere dir, du wirst viel Neues lernen. Egal, ob du noch am Anfang stehst oder schon als Profi am Werk bist. Los geht's. Jetzt solltest du dich einschreiben. Stay tuned and fly safe.